Leute, herzlich willkommen zu einem Mega-Rampen-Rennen mit ziemlich vielen YouTubern. iCrymex, Rostig, Standi, MBK und ich bin auch dabei, Leute. Es wird eine ekelhafte Rampe, es wird ekelhaft sabotiert, deswegen lasst ein Like und ein Abo da. Wir müssen immer auf den ersten gehen, Leute. Heute ist Gewinn angesagt. Ich würde sagen, wir starten rein. So, Jungs. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Man in the mirror. Man in the mirror. Leute, wer heute gewinnt, eine Million Dollar. Das ist eine richtig große Krampfe. Da kann er so Beyblade sich freuen. Ja, das ist die Russi-Krampe. Das ist eine Russi-Krampe. Boah, das ist, denke ich, so Schlaglöcher, oder was ist das hier? Man in the mirror Rampe, Jungs. Man in the mirror schafft das. Das ist eine mirror Rampe, Bro. Das ist Max Erster. Bro, ich habe den gleichen Back, den du jetzt auch hast. Mein Dings öffnet sich die ganze Zeit mir hin. Ja, du musst in Steam die Kontrolle einstellungen umändern. Was? Alles deaktivieren. Guck mal, ich habe es geschafft, weil ich man in the mirror bin. Boah, Max! Let's go. Oh, wer wird hier sabotiert? Oh, wer ist der Pinke hier? Hä? Okay, Max wollte sich direkt auf mich geben. Hihihi. Okay, Max. Hey, Bro. Armee, ich schwöre es dir. Hey, ich bin am Fliegen. Ich bin ganz vorne. Sabas, ich bin der Herzer. Wer ist der schwarze Flügelzeug? Wer ist der schwarze Flügelzeug? Ja, Russi. Russi. Ohne Respawn, ohne Respawn, ohne Respawn. Russi. Ich fall runter, ich fall runter. Juck mich absolut nicht. Ich fall auch runter, Bro. Russi kam wieder frühzeitig. Hey, wie geht, Bro? Oh Gott, das hat mich jetzt eh gelacht. Das ist gut, jetzt lacht er halt noch. Jungs, gleich wieder so. Ich will doch nicht mehr mitmachen, Jungs. Ja, gleich, gleich, Leute, wir runter. Oh, erster Satz. Max! Schieb, ey, Armee, du rollst ja so schön runter, Bro. Schieb mich, schieb mich, schieb mich, Bruder. Erster Platz, Jungs, let's go. Willst du dich rausschieben? Nein, 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 nein. Schieb mich ins Tier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich will nur sagen, es haben Leute auch gerespawned, aber ich sag jetzt keine Namen. Bro, wir haben gerespawned. Ich hab keine Namen. Stani hat auch gerespawned, ich hab's gesehen. Irgendwie habt ihr gerespawned, Stani. Ja, ich bin rausgefallen. So, erster Platz, Jungs. Das finde ich kein Reden ohne Reden ohne Reden. Oh, okay, Bro. Oh, oh. Seit wann kann Stani rampen fahren, hä? Junge, ich war letzte Rampe auch erst. Nein, du bist letztes, du hast sogar hinterher. Ja, mein Postkarte, Jungs. Ja, komm mal im Austreten, Jungs. Ey, war am Verlierer noch mal Kampo. Ich geh jetzt nicht so, ohne Spaß. Er macht bitte Stani. Danke. Bro, ich hab mich reinkriegt, Ziel, Ehre, Ehre, Ehre. Warte, warte, warte. Ich sag ehrlich, ich würd reinfliegen, aber es lohnt sich nicht für mich. Man, in the mirror. Man, in the mirror. Man, in the mirror. Es lohnt sich nicht für mich. Wurzat versteckt sich einfach hinter Max, dass ich ihn nicht überträumen konnte, ne? Bro, ich würd dreimal sabotieren, gleiche dann. Ich hab nur einmal. Oh, Alter. Guck mal, wie wir alle, wie alle respawn machen. Das ist so lacher. Nein, ich nicht, ich nicht. Bro, das ist so krass. Alter, du sagst, oh, ihr müsst respawnen und fährt aber so seitlich, fällt er dann runter. Ja, Bro, da bin ich immer ausgerutscht, jetzt bin ich nicht respawnen. Junge, Armin fährt aus Absicht runter und sagt, er respawnt. Okay, okay, Jungs, okay. So macht er das. Er sagt, du dürfst nicht respawnen und fällt dann runter. Oh mein Gott, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Arminar! 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 Leute, ey, sorry, wir haben grad... Arminar! Hoch die Hände! Wochenende, Leute! Boah, ist das nickenhaft. Ah, weißt du! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seid ehrlich! Ich sag zuerst, die Ram Truck ist easy, aber ist doch nicht so easy. Bro, ich bin... Ich bin... Ja, Bro, hoffentlich fällt es so runter, Bro. Dieser Wastelander. Wastelander, das ist Film. Wastelander ist Film, Bro. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ihn da, ey... Oh Gott. Oh! Oh! Ich hab's doch geschafft! Oh mein Gott! Das wär so ein crazy Move von dir. Oh! 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 Seid ihr wieder, Bro? Ich bin jetzt ohne. Ja, ich auch noch. Ich bin auch ohne. MBK hat deine Klappe. Du warst der Erste, der auf Respawn gesucht hat. Sollen wir jetzt mal auf Ernst ohne Respawn machen? Bro, ich mach wirklich auf End. Ich hab eben versucht, nur zu driften, dass ich so... Weißt du, ne... Russland! Russland! Ist Stani denn gut in so'n Rampel? Junge, ich bin jetzt in letzter Zeit immer Erster gewesen. Ich fall runter mit Fahrrad. Ich glaub, das ist wirklich, weil er die ganze Zeit schlecht gesehen hat, war er nur schlecht gewesen. Jaja, er hat sich kaum am Spiegel angeguckt. Jetzt ist der the man in the mirror. Ist hinter mir. Oh, man in the mirror. Oh, 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 oh. Bro. Ey, 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 Max! Der Grüne hat jetzt alle weggeräumt. Der Grüne hat jetzt zwei Leute weggeräumt. Jetzt waren wir ohne Respawn. Ach so, jetzt auf einmal. Dann, wenn ihr es schon ausgenutzt habt. Max hat Respawn. Ja, Alter, ihr seid so schlecht. Stani, Alter, du hast Respawn gerade gemacht. Ich hab's direkt gesehen, dann mach ich auch Respawn. Ja, ich war auch Respawn. Ja, ich war auch Respawn. Es ist mir zu doof hier die ganze Zeit. Ja, das ist mir ehrlich zu doof. MBK, mein Bruder. MBK, mein Bruder. Irgendwann reicht's auch. Irgendwann reicht's auch. Ja, ich kann auch rechnen. Äh, wer ist der Fahrrad? Boah! Ey, man kriegt nur Sachen, wo man nicht rollen kann. Wo hat er denn hier Flugzeug eingebracht? Was? Ist das Lada? Ich hab mal dein Ding weggemacht. Danke, Bro. Danke. Das war gut. Das war sehr nett von dir. Ah, Jungs, ich sag euch ehrlich, es ist einsam an der Spitze. Das ist sehr, sehr ein. Digga, ey, Stani ist zum ersten Mal nicht letzter und er kriegt Tönenflügel. Oh mein Gott. Ich respawn eh. 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 Sooo. Jungs, wer ist grad mit Fahrrad runtergefallen? Ich, Bro. Ich. Äh? Was war das denn? Also, MBK ist auch ein Fahrrad. Bro, ich hab grad Russack übels weggesprengt. Nein. Gar nicht. Russack lebt noch. Doch, du kommst übel zu Beyblade. Du kommst übel zu Beyblade. Guck mal hier und der fällt runter, deswegen. Hau mit Spatz und Stani Ärzer sind die wieder so laut. Ja, Bro, weil wir sind einsam für uns an der Spitze, Bro. Hey, Max. Ich hab Max in der Luft, ich hab's weggeschraben. Digga, ihr seid einfach die Men in the Mirror. Max ist halt nicht der Man in the Mirror. So. Bro, du bist Man in the Mülltonne. Boah! Er spricht ihn ab, ein Man in the Mirror zu sein, Leute. Also heute geht... Können wir jetzt mal irgendwelche normalen Autos bekommen oder so? Oh Gott. Ja, wir haben normale Autos. Wir haben ein normales Auto, was nur in Form von einem Monster Truck hat. Aber es ist ein normales Auto. Bro, ich sag gar nicht, man kann einfach nicht wollen. Äh... Hattest du Angst oder was, Russo? Ja, Bro. Wanns ist wirklich weglich. Oh, Baby, Baby, Russo. Baby, Russo. Baby, Russo. Okay, look up. Oh, Alter Jungs. Ich bin der Man in the Mirror. Ich bin der Man in the Mirror. Ich bin der Man in the Mirror. Ich find's schön, wie du das war, was anderes mit diesen Schlagröchern. Erstmal was Neues. Oh, Arby. Oh, Arby müsste mich auf den letzten. Das war ja süß, Arby. Ey, ich geh drauf, ist mir egal. Ey, BK, let's go. Attacke. Ja, ja, passt. So. Oh. Nein. Bro, die gehen alle auf zwei. Hahaha. Jungs, die sind so schlecht, Junge. Ihr seid so schlecht, ich bin trotzdem Erster. Siehst du überhaupt was, Bro? Die können uns gar nicht absolutieren, hä? Jungs, die sind so schlecht. Ey, das ist so peinlich, ey. Oh mein Gott, der fühlt sich... Ey, letzte Mega-Rampe war der Erster und hat dann... Er hat dann die Gegenente verloren. Was? Ja, ja, Max, ich war im Bedresse einfach gekwippt. Ja, 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 Max, ich war Erster, die ganze Rampe und dann kam Dings, Bro, kam Post, da muss ich runterladen. Ja, okay. Nee, hab ich auch mal sabotiert? Nee, hab ich auch mal sabotiert? Mich, 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 mich. Hab ich dich runtergeworfen? Nee, aber... Ah, ciao. Du hast, du hast auf jeden Fall... Oh mein Gott. Fast... Ich dachte, ich hätte die... Oh, nee. Oh, erster Platz. Oh, erster Platz. Oh, erster Platz ist wirklich. Der Monster Strike. Jungs, wer ist denn da noch? Die Kontrolle übers Leben verloren. MBK ist noch im Partybus. Oh, jetzt kommt aber ein Auto zum Trollen. Oh, jetzt kommt ein Trollcar. Was denn? Jetzt kommt ein Trollcar. Was denn? Jetzt kommt ein Trollcar. Die Limo. MBK auf dem letzten Platz, was denn da los, Bro? Äh... Ja... Ja... Das Fahrrad hat ihn gebrochen. Inter... Ne... Leg... I... 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 Oh, was? Max ist besser als Stani? Skibidi... 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 Ja, Max! Zitronenpeda! Digga, Zitronenpeda! Hau Max weg! Wer ist denn der Zitronenpeda hier? So, Armin, weg der Loser! Oh Gott! Digga, ist das weird! MBK! Äh, Max, was geht? The Peda! Max, der Zitronenpeda! So, schnell respawn, schnell respawn! Oh, wir sind alle bei der Musine! Oh, es geht ab hier! Digga, was passiert hier gerade? Ja, Sabrza hat... Nein! Ich bin rausgeboostet worden! Nein! Alter! MBK, du Ekeliger! Nein! 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 MBK, du... Nein! Ja, ich hab's gesehen! Und Digga, ich denk mir so... Okay, Russik hat's erwischt, dann einfach kommt MBK, schiebt mich rein! Oh mein Gott! MBK, Ehrenmann! MBK... Ich sag halt... Ich sag halt eher... Ey, Bro! Was hat's gemacht? Der Ekeliger Ekelberger! Junge, Stani liegt auf dem Rücken wie eine Schindkröte! Junge! MBK ist ein Ekeliger! Sieht aus, ey! Junge, hör doch mal auf meine Augen! Oh mein Gott! MBK! Ich bin wegen des Schottteils rausgeflogen! Bro, das Ding ist halt... MBK spielt einfach nur zum Träumen mit Starrer! MBK is the man in the mirror! Oh nein! Ich bin wegen MBK so weggeflogen, weil seine Schottteile auf die Straße kamen und die nicht so hoch... Ey wirklich nicht! Ja, die haben mich so hochgeschleudert! Let him, Bro! Was ist denn los, Bro? Bro, Bro! Deine... 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 Deine Schottteile haben mich so hochkataportiert, das ist unglaublich! Oh, zum Glück, ich stand nicht schlecht, Alter! Oh mein Gott, war das knapp! Nein! Nein! Den Fuster hab ich ausgeschoben! Jaaaa! Kama! 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 wieder zwei leute auf mich gegangen wieder zwei leute auf mich gegangen bro und rosa gibt nein schade und wieder gecrash der augen schon wieder Nee, mit dir hab ich mich getroffen. MBK ist immer noch beim Dings. Ey, ich bin jetzt jetzt bei der Mimo und da riecht jetzt das mal. Egal, Leute, ich bin das jetzt. MBK, was war das da gerade, die Aktion von dir? Bro, look. Müssen wir doch nochmal drüber reden, Bro, Bro. It's not this, was you see. So ein Ding ist... Man in the mirror. I'm the man in the mirror. Bro, Bro. Nein. Nein, ich fall runter. Ey, das tut mir leid, Bro. 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 Das hat mich nicht mal runtergeschritten. War doch korrekt. Ja, das stimmt. Oh, Maxi, bist du wieder nach dem geflogen? Oh, da musst du nochmal in die Flugschule gehen, Kleiner, Maxi. Da solltest du nochmal an Pilotenführerscheid machen, bevor du die Boots aufgeschlossen hast. Okay, 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 okay. Wo ist der man in the mirror? Wo ist der? Guck mal, ey, Bro. Es gehen wirklich alle auf mich. Ist das krank. Stani is the only man in the mirror. Hä? Leute, es gehen alle auf mich und ich... Die Schatten sind... Ihr seid so peinlich, Jungs. Ey, das muss ich eigentlich hochladen. Ich muss das wirklich eigentlich hochladen hier. Das ist ja crazy. Ich gehe jetzt noch auf Amir. Man in the mirror. Oh mein Gott. Man in the mirror. Leute, es gehen alle auf mich und ich bin ja immer noch richtig gut dabei. Maxi, ich check das nicht, Bro. Ich bin nur... Ne, du hast mich gar nicht getroffen, Bro. Was checkst du? Du hast mich gar nicht getroffen, Bro. Du hast mich gar nicht getroffen, Bro. Du hast mich gar nicht getroffen. Was denkst du denn, Bro? Ja, MBK, geh lieber rein auf mich. Ich geh lieber rein auf mich. Das nächste Auto... Das nächste Auto ist das Dark Nemesis von allen. Golfkart, Golfkart, Golfkart. Ich habe es gesehen, Golfkart. Ich glaube, es ist auch das letzte. Oh, Stani hat mich gerettet. MBK, Bro, du warst die Man, Bro. Jawohl, Stani, sabotiert mich ganz oben und explodiert. Ja, Bro, du fliegst jetzt mal schön zurück. Ja, aber ich glaube... Weil ich wollte noch... Ich wollte nämlich eh nochmal respawn, weil ich... Wir sind keine Brüder, mein Bruder. Oh mein Gott, das Auto inklappt rustig. Du musst dich nur Gas geben, oder? Bist dabei? Ich habe mich nicht getroffen, Stani. Aber ich habe mich schon ein paar Mal mehr runtergekriegt. Du willst direkt dansen, das geht gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh, nein. Oh Gott. Der wahre Man is a hero at the end. Oh, ich bin auch da, Rusek! Ich habe dich nur so leicht so im Stein reingekriegt. Guck mal, die... Alle fighten hier gegen mich und die schaffen es nicht. Ich bin immer noch nicht über letzter Platz. Wie? Wie, wir fighten gegen die Durst? Ist das krank? Du hast angefangen. Alle fighten gerade gegen mich. Ihr macht euch gerade zu lachen, Bro. Man is a hero. Mags. Mags? Max? 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 Ich dachte du wärst Stane, Bro. Ja, ja. Alles klar, kein Ding, Max. Oh mein Gott. Max, ich war eh eh noch ganz oben gewesen als da. Jungs mich nicht so doll. Hab ich dich kunden im Urlaub gesch Kindern. Ich hab nur gesehen, Stani hat wieder den Mund zu voll genommen, bevor er was beendet hat. Ja, das Ding ist, ich fahr die ganze Zeit erster, seitdem die Leute aufgehen und ich bin immer noch dritter. Wie sauer wärst du? Bruder, 1000% sauer. Ich hörte mir die Freundschaft kündigen. Soll ich Armin blechen oder nicht? Sagt jetzt, brech ihn! Oh mein Gott, Armin, 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 oh nein! So, Russ hat wieder vorbeigeflogen bei Armin, seinem Freund. Du hast mich getroffen. Du bist so ein Eklat. Russack geht auf mich, Leute. Du hast mich getroffen, du hast mich getroffen. Ah, war, ich bin ausgewickelt. Schade, dass du wieder auf mich gehen musst, Russack. Ich hab Stani, Max, Armin, alles gut. Bro, was redest du, du hast Russack schön weiterfahren lassen? Russack hat Russack weiterfahren lassen, alles klar, Jungs, Stani geht es mir gut. Nee, ich sag nur, ihr seid für mich. Guck mal, ich hab für ein Play gemacht, ich hab wirklich Armin, Stani und... Mich hast du auch versucht zu touchen, ne? Ja, jetzt kommt der Nächste. Max, du hast gerade eben versucht mich zu sabotieren. Du hast eben versucht mich zu sabotieren. Einmal muss ich, einmal muss ich. Einfach mal kurz zu zeigen hier, wer die Respektperson ist. Junge, ihr checkt dich. Russack sabotiert euch alle die ganze Zeit und ihr feiert ihn noch und sagt, ja, mach Russack. Nein, nein, nein. Russack ist halt nicht. Ich feier Russack nicht. Russack wird jetzt beenden. Niemals! Aus dem Flugzeug hierher, Jungs! Ja, das Ding hilft am besten noch Russack. Er trinkt noch am besten. Das ist noch eine spannende Sache. Nee, nee, Bro, das ist auch so eklig. Man muss aber, man muss aber Real Talks sagen, Russack macht echt immer diesen Ekling. Er hält sich immer so raus und kommt dann so aus dem Nix, ist leise und so. Er macht immer diese Psychologie. Ja, ich sag mal so, Jungs, wisst ihr, was ihr für mich seid? Ihr seid halt für mich richtige Lüter. Egal, sei ruhig, du bist einfach eine Labertasche. Nix dahinter. Russack manipulieren, dass er den ersten Platz macht, das alle auch nicht verdienen. Ich muss leider sagen, ich gönne ihn nur mir. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt auf Stani noch letzter. Oh nein, wie sollst du nicht RESPOND im BK, du bist jetzt vor Stani. Äh, ja, Osterbis auf Herr Woten. Nein. Nein. Nein, Digga, weil Max und... Boah, es redest du? MBK, Spreebel, es ist informiert. Ich bin direkt hinter dir, Bro. Ich bin direkt hinter dir, Bro. Ganz krass. Ich bin hinter dir. I'm the man in the mirror too. Also Leute, wir sind auf dem dritten Platz. Das muss ich euch überlegen. Ich bin besser wie iCrimax. Ich bin besser wie iCrimax und MBK. Ich bin besser wie iCrimax und MBK. Erst musst du beenden. Erst musst du beenden. Vier Leute gingen auf mich, Bro. Vier Leute gingen auf mich. Max, ich wollte gerade sagen, ich hole dir den dritten, aber absolut gar nicht. Du bist auf jeden Fall, Bro. So, hat er mal. Wir gucken mal, 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 wir gucken. I'm the man in the mirror. Wenn du zugucken. Du bist eigentlich, der hat schon wieder gequittet, denn er war ganz dabei. Du war gleich dabei. Also, der Fehlercode bekommt. Aber entweder rede ich mal so wenig aus dem Ender. Man klingt das eben gar nicht mit, aber da ist er nicht. Fehlercode Skillissue bekommen. Aber war eine coole Map, war eine coole Map, muss man sagen. Ich glaube, der hat Fehlercode Alphastein bekommen. Okay, Leute. Vani kommt gut runter, aber... Oh, 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 oh. Ihr gleich kann er rausfallen? Ne, Vani hat's geschafft. Oh, was redest du? So, dritter Platz und vier Leute auf mich gegangen. Meiner Meinung nach, sehr krass. Ja, ja. Leider hat er wieder im Mund zu voll genommen. Prostets Erster geworden, war relativ knappes Ding, Leute. Lasst dir ein Like und ein Abo da, meine Freunde. Wenn's euch gefallen hat, checkt euch die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Amir. Tschöp-Ada!